Bei diesem Video wurden keine berauschenden Substanzen eingenommen. Ich hab nur ein paar halbe Bier getrunken. Ich und eure Scheiß gehasen, ich trink jetzt ein Radler. Unsere Forschungsfeiern sind, ja, normal. Alkohol-Tennis, ja. Also Sie meinen, da hat sich jeder im Griff, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Ja, der Gscharre, den hab ich jetzt schon seit halb vier nicht mehr gesehen. Aha, er ist quasi spurlos verschwunden. Keine Ahnung, wo der ist. Juck mich doch nicht. Also nicht in der Arbeit. Hm? Nein. Das darf ich ja mitkriegen. Also, wir sind so vom Bowling um vier Uhr oren. Hab mich fertig gemacht. Zu olden Glück. Wollt noch einen Spaß machen. Hab ihre zwei Finger in die Kache und einen ins Arschloch. Und hab geblärt, Hermann, die Kugel ist ja ganz feucht. Hat es aber nicht so lustig gefunden. Servus zu einer weiteren Ausgabe von Hey, pass auf, du depp. Ich bin Anton Schoessler und... Ah! Da ja jetzt der Donald die Bierpreise erhöht hat, gibt's für mich eigentlich keinen Grund mehr, damit ich eine Sekunde länger in diesem Dreckshaus bleib. Und jetzt hau ihn um und scheiß ihn auf den Schreibtisch. Servus. Saupreis! Ja, ich steh hier auf dem Zeltplatz in Unterrauschlingen, wo die Handball-Dame-Mannschaft des ersten FC Fisch-Semi ihr 25-jähriges bestehen und außerdem vierten Meisterschaftstitel mit ordentlich Feuerwasser zelebriert haben. Ja, sieh, Entschuldigung, ich hätte doch gerne eine Halbe. Du kannst dich zwiggeln, oder? Oder... Sind wir Freunde oder sind wir keine Freunde? Du gehst mir jetzt eine Halbe. Du blöde Nuss, ich bin nur der Moderator, ich verkauf kein Bier. Der Bierstand, der ist dahinten. Du nimmst jetzt einfach den ganzen Gerbweiterl und du holst mir jetzt einen ganzen Kasten. Hast du mich articulierisch verstanden? Der Typ ist ein riesen Arschloch. Fickts euch einfach alle! Fickts euch alle! Seid ihr, ihr Radlertrinker! Auf Vollgerät.de gibt's grübige Klamotte. Außerdem hab ich mich schon öfters auf Facebook und Instagram gesehen. Übrigens für alle aktuellen Wischerhandys eine Vollgerät-App. Und wenn ihr hier auf YouTube aktuell bleiben wollt, dürft ihr mich nur, wenn ihr wollt, gerne abonnieren.